Da! Wow! Da brauchst halt auch Reflex wegen Global. Zum Glück bin ich Global Elite Master Garnier 5. Nein! Du hast runtergeschmissen! Jetzt freut er sich noch. Das ist nicht zum Freuen, der ist runtergefallen. Da! Fangen! Dummgum! Hey Kenneth, was geht bei euch ab? VR-Time! Ah, ja. Es ist soweit. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt und ich hoffe, ihr seid auch da. Ich spreche zu euch. Das ist so geil, Leute, das ist Wahnsinn. Ich möchte so ein festes VR-Video-Upload-Erlebnis. Was labere ich hier überhaupt? Keine Ahnung. Es sollen VR-Videos kommen. Ständig. Ich werde das Spiel mit OBS aufnehmen, meine Stimme extern. Das Mikrofon ist jetzt gerade nicht so der Bringer. Aber das Mikrofon, das in der Vive drin ist, ist noch beschissener. Also bleiben wir am besten mal bei dem Setup. So. Start. Here we go! Meine Freundin hat das schon getestet und sie meint, das wäre Ultra hier. Das wäre einfach Ultra. Es gibt ganz viele coole kleine Spiele und man kann voll abgehen und hin und her. Und ich dachte mir, wir gehen jetzt auch mal Hardcore ab. Ist klar, ne? Gut. Wow. Wow. Shit. Hi, du. Du, du hin. Komm schon mal her, Fridolin. Hä? Wo ist der Hund hin? Wo ist denn dieser? Komm mal her, du kleiner Furz. Komm mal her, du kleiner Furz. Ja. Ja, wo ist der? Du bist ein Kuh. Was hast du denn da für eine Hand? Oh, okay. Du bist ein Kuh. Na ja. Aber jetzt sei ruhig. Okay. Das sieht ja ultra nice aus. Ich würde sagen, hier gehen wir mal zuerst. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Also ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Ich habe zwar dieses Gitternetz. Das habe ich mir gemacht, damit ich nicht, oh shit, irgendwo dagegen lauf. Oh Gott. Hallo, was war denn das? Oh no. Hängst du das bitte wieder auf, Fridolin? Ah, du bist ein Ferkel. Alles nahe. Ich beobachte dich. Ich geh doch hier und sag das. Machst du das doch richtig, du Barstück. Hör auf weg zu rennen. Guck mal, jetzt macht er das da drauf. Was denn durch? Ich will jetzt das hier spielen. Wie spielt man das da? Warte. Analyzing. Okay. Willst du dich, Brie? Alter, ich bin schon echt ein guter Spieler mit dem Spiel, du weißt? Nee, ich weiß natürlich, dass ich diese Kugel hier anfassen muss. Ich bin ja nicht behindert. Ich hoffe, dass das mit der Voice gescheit klappt. Woah. Shiiiihihi. Haha, es ist geil. Uh. Ah, das ist bestimmt nicht gut, wenn man sich das ans Gesicht hält, oder? Pull trigger to select mode. Classic. Can you defeat the Xortex score? Infinite achieve the global high score. Okay, wir machen Classic. Was muss ich da jetzt machen? Muss ich jemanden verschlagen, oder was ist das so? Aim at the enemies. Uh. Oh mein Gott. Ich nehme ja auch welche, ne. Okay. Ist das geil? Und wahrscheinlich stirbt man, wenn man da... Oh. Ja. Okay, gut. Gut. Ich weiß jetzt, wie der Hass lauft. Eigentlich kann ich die Hand weglassen, ne? Weil die macht ja gar nichts. Come on. Pam. Okay. Schießt doch mal auf mich. Mach mir's doch irgendwie schwer. Guck mal, ich ess die. Oh shit. Was sind das für kleine Dinger? Guck mal, die kommen zu mir geflogen. Hahaha. Okay. Bam, 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 bam. Charge. Irgendwas mit Charge stand da. Ich konnte es aber nicht lesen. Habt ihr gedacht, ihr könnt mich irgendwie zerstören? Guck mal. Hahaha. Ist das nice? Nein. Okay, Leute. Ich glaube, ich habe den gleich besiegt, diesen Cortex-Vortex. Schniedelwurst-König. Alter, ich bin... Warte kurz. Was? Habe ich jetzt irgendwas? Uh. Shit, der Dicke. Der Dicke. Was machst du? Meinst du, du kannst mich irgendwie treffen? Guck mal, was ich kann. Komm doch her. Hahaha. Lächerlich. Hahaha. Ist das nice? Komm doch her. Soll ich dich mal wuchsen oder was? Hahaha. Uh. Okay. Beruhig dich. Beruhig dich. Ich dachte, wir sind Freunde. Und die Mucke ist so krass. Oh shit. Bam. Bam, Alter. Ich bin so ein richtiger Volverheld. Bam. Batsch, Batsch, Batsch. Wow shit. Ich esse diese Kugeln die ganze Zeit. Okay, wartet. Das noch. Bam. Ich hab dich gesehen. Ja. Was bringt uns das jetzt? Kann man damit irgendwas machen? Krieg ich irgendwas? Krieg ich jetzt ein... Oh wow. Shit, shit. Leute, das ist ganz schön voll. Okay, Konzentration. Warte, das brauch ich. So. Okay. Uh. Lichtschweb-Power. Alter. Oh, das war... Oh nein. Scheiße. Wave 2. Fucking ridiculous, Alter. Das geht besser. Vielleicht ja mit der linken Hand. Oh ne, ich fühl's gar nicht. Ich fühl's gar nicht. Ja, Classic. Ich mach den Fertisch, Alter. Ich dachte, er ist ein Gude. Ah. Brrrr. Come on. Ja. Alter, ich boxe die richtig. Guck mal. Boom, boom, boom. Batsch. Peng, pow. Und von hinten kommt gar nichts. Oh, wartet. Ham. Shit. Ich bin die Konzentration in Person. Wow. Hat sich sogar gerammt, Alter. Eminem guckt mich an und denkt sich, Alter, wie kriegt der sowas hin? Während er so krass gilt. Habe ich jetzt den... Oh, ich hab den Penisschuss. Bringt er mir bei dem irgendwas? Ja, krass. Der konnte gar nicht mehr schießen. Ich versuche jetzt realistisch zu fliegen, okay? Also nicht so, sondern... So. Hm. Wow. Was ist das gelang? Ja, das war sehr unrealistisch. Das kann ich nicht. Ist zu anstrengend. Ist zu anstrengend. Get it on, Snatch. Now you can't hit me. Wow, fuck. Wow, 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 wow. Wow, krass, krass, krass. Leute, das ist gar nicht mal so einfach. Und diese Bälle im Gesicht die ganze Zeit. Diese Balls in my face. Ich glaube, ich verpasse manchmal diese... Bam. Die Biss. Wow. Oh, der Dicke kommt, der Dicke kommt. Ja, ja, okay. Okay, come on. Come on. Wir haben es schon mal weiter geschafft, weil wir ziemliche Profis sind. Ja, warte kurz. Das ist nämlich ich. Danke. Lächerlich, was du da machst. Lächerlich. Ich weiß gerade nicht, wie du denken kannst, mich irgendwie besiegen zu können. Du kleine Kackkugel. Guck mal, wie man mich anguckt. Guck mal, ich bleib einfach hier. Feste. Doch nicht. Bam. So, Wave 3. Easy. 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 Was machen die hier für Kacke? Sie machen irgendwelche Linien. Oh. Oh. Okay, wartet. Ich muss diese Linienmacher kaputt machen. Alles. Oh, ich hoffe, dass man mich hört. Die Aufnahme ist pervers. Du bist fraurig. Danke. Now you're gonna die. Boah. 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 Leute, das ist abnormal krass, ne? Da brauchst du halt auch Reflex wie ein Global, ne? Zum Glück bin ich Global Elite Master Garnion 5. Okay. Get it down, Snatch. Oh Gott, siehst du eigentlich meine Hose? Ich hab voll die Gammlerhose an. Ich hoffe, ihr seht das nicht. Ich hab grad keine Hose, ne? Komm, ich will noch einmal so ein Kügelchen essen. Ich hab Hunger. Achtung. Warte, warte. Erst Konzentration. Jetzt. Komm her. Ist er gleich down? Ja. Nur noch ein Life. Ich glaub, das ist sein Leben da. Geh weg. Wo ist denn der Boden? Ah, hier. Bleib da ohne. Drecksack. Mach ich dir easy. Die Dinger müssen weg. Und das muss auch weg. Warte, das brauch ich. Danke. Das muss weg. Das muss weg. Alter, ich fang an zu schwitzen. Gasen, girls. I'm swizzing around. Global, global, global. Chill doch mal. Oh shit. Warte, warte. Oh fuck. Ja, der... Oh Gott. Shit. Okay, warte. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, okay. Was ist das? Was sind das für... Och du Scheiße. Die gehen einfach nach außen auf und ich kann in der Mitte bleiben. Dankeschön, Dummkopf. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, Leute. Das ist abnormal. Nein. Oh. Okay. 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 Ja, ich stirb. Geht kaputt für immer. Oh Gott. Sind das tödliche Strahlen? Oh. I gonna die. Oh shit. Ich war eigentlich schon in dem Strahl drin. Keine Ahnung, wie ich das about laughed hab. Ist er langsamer down? Meine Hände schwitzen. Mir fällt gleich das Ding aus der Hand. Aber ich hab die Idee. Wow. Ah. Konfetti. Ah. Extreme Motherfucker. Ja moin. Haben wir jetzt ja bestanden den Scheiß hier. Kannst du vergessen. Tschüss. Ich geh hier raus. Ähm. Warte. Wie... Oh fuck. Wie kommt man raus? Ich weiß nicht, wie ihr das auch seht. Äh. Ist du irgendwo der Ausgang da hinten dran? Nee. Ah warte, da ist noch ein Knopf. Aha. Ah. Wupp. Das war nice. Aber auch anstrengend. Ich schwitze echt wie ein Schwein. Du warst schä. Du warst echt schä. Aber ich... Ja du kleiner Furz. Öh. Oh mein Gott. Ich bin grad an die... Ich bin grad an die Couch gekommen und ich dachte der hat... Ich dachte der wäre jetzt echt, weißt du, weil ich den echt berührt hab grad eben. Ja du bist ein Duder. Aber bleibt liegen. Ja wie beim Erschelwagen. Gell. Ja ja. Hab ich jetzt... Guck mal. Öh. Öh. Okay, wie geht der vorne? Nach hinten? Nach vorne? Hä? Ich weiß nicht genau. Okay, pass auf. Achtung. Ähm. Darüber. Wow. Warte mal, ich steh grad im Tisch. Das ist irgendwie scheiße. So jetzt. Öh. Kann der auch was? Der kann schießen. Ich schieße die Leute ab. Ja. Was kommt? Öh. Das hol ich mehr. Ich schiebe... Ja. Oh, voll den Headshot. What the fuck? Der eine am Klo. Der eine am Klo. Den krieg ich. Den krieg ich. Ha! Okay, komm zurück. Komm zurück. Come at this business. Achtung. Oh fuck. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich... Wo ich bestehe eigentlich. Guck mal. Guck. In meine Hand. Ist der grad in meine Hand geflogen? Was hat denn die Madame alles freigeschaltet? Das ist auch geil. Guck euch das mal an. Guck euch das mal an. Ich seh meinen Daumen hier drauf. Da. Wow. Es geht immer auf eine andere Farbe. Ich will aber nur grün, bitte. Hier, nimm einen grün. Ich schlage ihn auf dich drauf. Ist das nicht süß? Ah, shit. Knapp daneben. Guck mal. Warte, warte. Kann ich das nehmen? Ah, fuck. Wahrscheinlich kann man die roten besser nehmen als die anderen. Warte, warte. Ja, 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 ja. Bin ich auch ein Objekt? Die Welt. Ja. 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 Bin ich auch ein Objekt? Ich bin heute als Kind. Willst du noch? Mama, ich bin so ein Objekt. Fußball. Holen. Runter. Hol her. Gaffee, komm her. Der kann in den Mund nehmen. Oder halt ins Auge. Gib mir das mal. Ja, ich mach es auf den Tisch. Oh fuck. Ich mach's auf den Tisch. So. Hier ist ein Knochen für dich. Guck mal. Super Knöchelchen. Da, Bittchen. Schmeiß ihn fort. Ja, schmeiß ihn fort. Ist in Ordnung. Ich merke diese Wertschätzung. Die merke ich mir. Was ist das da drüben? Adventure. Vesper Peak. Snäfel. Ein paar Iceland. Venice. Und Rafa... Noch... Wir gehen mal... Oh shit. Wir gehen mal hier rein. Muss man jetzt hier drehen? Passiert da irgendwas? Ah, Lavatubes sind das. Das sind Lavahöhlen. Da wo die Lava durchgeflossen ist und das bleibt dann... Oh mein Gott. Leute, ich kotze vor Freude. Wie geil ist denn das? Aber ich kann da nirgends wohin. Ah doch, ich kann nur so stückweise gehen. Ist das cool. Das spricht aber nicht fürs Spiel. Ey, ist das nice. Das sind original 4K Aufnahmen. Ich will da drauf. Ich will auf den Berg. Ich... Ahaha. Ja geil. Das spricht fürs Spiel. Das hat eine Kollisionsabfrage. Aber warum lasst das hier nicht aufkommen, wie spitz das ist? Tschüss Ballon. Bleibst du hier? Hier kriegst du noch einen blauen Freund. Also ich meine, ich kann jetzt auch rumlaufen. Keine Sorge. Ich räume auch noch das Zimmer weiter aus. Ich werde die Couch noch entfernen. Dann kann ich auch noch krasser... Ähm... Hier rumlaufen halt. Und ja... Die Couch und der kleine Schrank kommen noch weg. Das habe ich echt sauer blöd eingezeichnet. Guck mal, hier ist die Couch. Ich kann nur bis hier. Ist hier die Wand? Guck mal, dann kann ich bis hier hingehen. What the fuck? Ähm... Ich will mir den Mund aufmachen und den Regen empfangen. Das war's schon. Alter, warte jetzt aber ein bisschen spaß an mit dem Blitz. So, ne? Hm, hm. Gut, gut. Es geht halt auch geiler. Es geht halt auch, um es ehrlich zu sagen, geiler. No. Es geht auch geiler. Was geht's geiler? Ich bin mal auf den Berg. Ich habe mir die Kamera angemacht. Ich weiß nicht, ob das bei euch dann auch übertragen wird. Da ist der PC. Jetzt kann ich mich auch wieder in der Mitte positionieren. Das ist der Hammer. Wow, 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 wow. Wow. Hey. Hey. Ich habe da ein Steckchen für dich. Willst du das Steckchen haben? Hol's. Hol's. Oh, krass. Krieg. Das kriegt er, ja. Guter Hund. Nein! Du hast es runtergeschmissen. Jetzt freut er sich noch. Das ist nicht zum Freude. Der ist runtergefallen. Da sind noch mehr. Kann ich da hin? Ich kann da hin. Da. Fangen. Dummgum. Den musst du jetzt holen. Aber zack dich, mein Freund. Der kriegt ja noch nie im Leben. Wie hoch. Ich kann noch höher. Wie hoch man da gehen kann. Der holt jetzt einen anderen und verarscht mich. Aber ich verarschen auch. Guck mal, ich mache den jetzt hinter meinen Rücken. Ich habe was in der Hand. Willst du das haben? Okay, ach du, ich lasse hinter mir fallen. Was hätte ich ihn ausgeschissen? Das ist Wahnsinn. Auch mit dem Sound. Ich meine, ihr habt vielleicht jetzt... Doch, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch habt. Dieses richtig krasse, man steht in der Szenerie Gefühl. Das ist krass. Guck mal da unten ein Lake. Ich habe auch jetzt so ein ganz leichtes Höhengefühl. Ich würde mich jetzt gar nicht trauen, einfach über die Kante zu laufen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Also je nachdem, wo ihr jetzt seid. Wir sehen uns dann in der nächsten VR-Folge. Da gibt es dann natürlich die ultra Überraschung für euch. Denn ihr werdet nicht glauben, was im Bundle... Ich drehe mich einfach so ein bisschen, dass ich euch vielleicht irgendwann erwische. Was im Bundle mit dabei war. Hier. Bei den Dingern. Ich habe so einen Code dabei gehabt. Ich lade es runter. Ratet mal, was dabei war. Übrigens. Noch eine kleine Frage am Ende. Wie findet ihr die Facecam? Es wird auf lange Zeit erstmal jetzt kein komplettes gekietes Räumchen hier für mich geben. Ja. Ich muss das hier alles grün machen, damit ich mich auskihen kann. Komplett meinen ganzen Körper. Mein Greenscreen ist einfach zu klein, um das zu schaffen. Weil ich so ein Berg von einem Mann bin. Ja, das ist schwierig. Deswegen. Ähm. Die Frage. Ist es für euch so in Ordnung, dass man mich so ganz klein rumhampeln sieht? Oder soll ich die Facecam einfach ganz weglassen? Dass man mich gar nicht mehr sieht. Dass man nur das Spiel sieht. Das ist so krass. Darum flackert sie ein bisschen. Das ist aber nicht gut in dem Spiel. Das habe ich... Da habe ich schon zum Entwickler gesagt. Das hätt ich eigentlich lassen können direkt. Also in der Regel hätt ich so was direkt mal lassen können. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Guck dir mal die Weizsicht an. Und wisst ihr, was ich jetzt mache, weil ich ein Arschloch bin? Fridolin! Kommst du hoch? Haha! Ich bin so ein richtiger Pisser. Ich bin so ein typischer Katzenbesitzer. Ich bin... Öh, ging aber schnell. Ich bin wie so eine Katze. Einfach ein Arschloch. Haha. Ihr wisst ja, ich bin tatsächlich Katzenbesitzer. So ist es nicht. Ja. Ich kann von hier da hoch? Jetzt hat sich der Entwickler ja auch nicht träumen lassen, dass jemand so klug ist und das schafft. Ha! Guckt euch mal den Boden an. Ich finde es echt krass. Ich gehe mal da hin. Ich will mir das Moos angucken. Ach Gott! Das ist ja praktisch... kalt. Ja. Guck ich gerade in die Kamera. Ich glaube schon. Leute. Also dann... Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt sieht. Also dann... Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, diese VR-Geschichte, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Weil dann gucke ich, wie intensiv ich die ganze Sache bringe. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, hey... Nee. Okay? Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschau, tschau. Tschau, tschau.